Ein Naturbursche mit klarer Körpersprache. Seit gestern der fünffache Müller eine traumhafte Torquote. Im Traum, da schießt du vielleicht mal ein Tor bei deiner ersten WM, aber so wie es natürlich hier lief, das war sensationell. Die Zahlen seiner WM-Premiere, in sechs Spielen an acht Toren beteiligt, dreimal Vorlagengeber und fünf Treffer selbst erzielt. Müller und yeah, 3-0! Thomas Müller zielt, trifft Müller, Müller, 4-1 für Deutschland! Da ist das 1-0 für Deutschland und es ist wieder Müller, ich fasse es nicht! Die Mannschaft hat mich super unterstützt und ich denke, ich konnte der Mannschaft auch einen Teil zurückgeben und es hat einfach hier super Spaß gemacht. Das vergangene Jahr eine Hochzeit, dazu Hochzeit mit Lisa. Der 13er verkörpert die Jugendbewegung im Team. Und er hat's auch faustig hinter den Ohren, vor allem verbal. Wenn ich anders reden würde, dann hätte ich auf der Schauspielschule meine Karriere gemacht. Deutschland bebt gerade ein bisschen und völlig zu Recht. Ich denke, wir sind jetzt auch nur am Feiern. Das ist ja Wahnsinn, was hier passiert ist. Das war eine geile Kiste heute. Ja, ich wollte nur einmal meine beiden Omas und meine Opa grüßen. Das ist schon lange mal überfällig. Ich kann leider nur Fußball spielen und deshalb sind die Interviews so, wie sie sind. Er ist, wie er ist. Gestern ein Firebeast. Bronze für einen Goldjungen. Da ist das Ding! Da ist das Ding, schreit er im Oliver-Kahn-Stil durchs Stadion und humpelt in den wohlverdienten Urlaub. Er freut sich besonders... Auf Ruhe und auf viel Ruhe und danach nochmal auf Ruhe und irgendwann geht's dann wieder los. Der erst 20-Jährige ein Volltreffer auf und neben dem Platz. Einer, der weiß, was gut ist. Den zweiten sieht man mit.